So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute haben wir die Folge Nr. 1000 von Pokémon, also ich habe schon mehr als 1000 Videos auf dem Kanal, aber die tausendste Folge Pokémon GO und wird, vielleicht fällt euch was auf, guckt mal hier bei meiner komischen Kamera, da hängt so ein, da hängt was drunter, da war gerade die Mama, habt ihr das gesehen, richtig genial und sie sagt noch nichts, sieht man mich, sieht man mich, auf jeden Fall läuft die gerade hier rum und stellt die ganze Bude wieder auf den Kopf, das muss sie ja jetzt machen, die hat immer Hummeln im Hintern, die muss immer rumrennen, die muss überall rumwühlen, dann tut sie alles irgendwo hin und dann finde ich nichts mehr, kennt ihr das auch von euren Müttern, schreibt es mir da in die Kommentare, auf jeden Fall habe ich hier so eine Underbox unter dem Namen, extra zur tausendsten Folge, habe ich mir richtig heftig gegönnt, guckt euch das an, Ramses der Dicke, hier Facebook Name, NoHirnRecords und hier Instagram Name, Ramses der Dicke, ist das nicht heftig, zur tausendsten Folge mal richtig gegönnt, man kann das auch weg machen, die Underbox und einen Rahmen hier hin basteln, wow, guckt euch das mal an, was sieht besser aus, die Underbox oder der Rahmen, schreibt es mal in die Kommentare, da ist eigentlich ein Feld, ein Feld ist eigentlich links, das mit dem Sternchen, das soll die letzten Abonnenten anzeigen, beziehungsweise den letzten Abonnenten, immer wenn jemand neu abonniert, steht der dann da drin, wenn jemand nach dem abonniert, steht der dann da drin, das zeigt immer den letzten Abonnenten an, namentlich, immer so, finde ich eine coole Sache und rechts mit der Hand mit dem Geld, wisst ihr, wenn ihr euer Sparschwein füttert, rechts, das soll immer der letzte Donator sein, also der letzte, der gespendet hat, da steht dann immer drin, Biala vom Main, da steht dann immer drin, Flatti, da steht auch mal Hins und Kunst drin, da steht alles mögliche drin, ich habe nur keine Ahnung, ob das jetzt das automatisch dann anzeigt, oder ob man das erst noch irgendwie verknüpfen muss, oder so, also, auf jeden Fall wollte ich das alles hier nochmal ein bisschen ansehnlicher machen und noch ein bisschen aufwerten, aber schreibt ihr mal rein, was ihr besser findet, hier diesen gelben Rahmen, weil Team Gelb und so, oder ob man hier einfach diese Unterbox, nicht Unterberg, diese Unterbox dahin knallt, einfach nur mit den Links, also mit den Namen für Instagram und Facebook, wo eigentlich steht das ja alles in den, das steht ja alles in der Beschreibung, also ist das eigentlich uninteressant, was interessanter wäre, ist ihr, denn ihr seid interessant, denn wegen euch haben wir tausend Folgen Pokémon Go geschafft, und ich möchte heute auch was Besonderes machen, aber ich hau das hier raus, weil es wird jetzt eh keiner angezeigt, denn in letzter Zeit gab es wieder so viele Events, in letzter Zeit gab es wieder so viele Shiny, so viele Familien, mein Shiny Decks ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand, deswegen wollen wir heute mal schillernd eingeben, nicht verwechseln, ein Mega Shiny Update, heißt, das ist ein Shiny Update, aber weil es so groß ist, ist es das Mega Shiny Update, es ist kein Shiny Mega Update, denn da würde es sich ja um Mega Pokémon handeln, die Shiny sind, also bitte korrekt lesen und nicht sagen Clickbait, Shiny Mega Pokémon sind Mega Pokémon, die Shiny sind, aber Mega Shiny Pokémon sind ganz viele Shiny Mega Pokémon, ich hätte auch Ultra Shiny Update sagen können, Mega Shiny Update, XXL Shiny Update, aber XXL sagt jeder und so, deswegen, wir gucken jetzt mal hier rein, was waren die letzten Familien, die wir entwickelt haben, was ist das Letzte, was so passiert ist, ähm, das war noch vom Go-Face, genau, ihr habt ja auch Knufensa und Regaria Satzenia, das haben wir alles gemacht, da wäre Sterndus, Nupuls, Dami, dann die Deoxys-Sachen, Kiesling, Sedimentur, Brokkolos, haben wir auch alles durch, das müssten eigentlich die letzten Sachen gewesen sein, plus eine extra Folge für Capuno, Duo, Dino und Trigge Fallo, dann seht ihr, hier ist ein Lady Bar, Lady Bar war noch vor dem Porygon Seat Day, wir haben hier 552 WP, hier ist das zweite Lady Bar mit 299, das heißt, das kleine Lady Bar lassen wir wieder, hä, mein Bildschirm macht gar nichts, Bruder, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt muss ich nochmal rein, jetzt muss ich nochmal hier drauf gucken, Digga, was ist los, Mann, was ist los? Ich muss das nochmal ausmachen und nochmal anmachen und nochmal verknüpfen, Folge 1000, ey, da geht, da geht einiges in die Brüche, ich sag's euch, so, wir verknüpfen es einfach nochmal, zum Glück habe ich das jetzt noch bemerkt, bevor ich das einfach entwickelt habe, suchen, 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 ja, such doch, was ist denn jetzt schon wieder? So, jetzt haben wir es verbunden, richtig, richtig feine Sache, wir haben es verbunden, wow, das ist auf jeden Fall heftig, jetzt müssen wir wieder schildern eingeben, ich habe die ganze Zeit geredet, ohne dass es euch was angezeigt hat, ahhh, so, machen wir nochmal neu, scrollen nochmal runter, haben hier also dann das Lady Bar, 552, wir haben hier das Lady Bar mit 299, das ist aber klein, deswegen wollen wir das große entwickeln, Lady Bar, wir können bei dem theoretisch auch mal gucken, schlechte EV, schlechte EV wie immer, wir entwickeln das große Lady Bar natürlich durch, jetzt ist hier wieder dieser komische Balken, den mag ich eigentlich nicht, den müssen wir wieder ausstellen, die Maus brauchen wir auch nicht, die schiebe ich mal hier rüber, eine Familie, auf jeden Fall schon voll, habt ihr auch ein Lady Bar bekommen, oder habt ihr ein Lady Jan bekommen, dann schreibt es mal in die Kommentare, 1034, hat eigentlich ein sehr hübsches Orange, wenn man sich das so anguckt, aber Porygon ist uninteressant, ne, Arctos ist auch uninteressant, wir kommen zu Dodu, Dodu das nächste, ihr habt hier Dodu mit einem hellen Hals, denn das ist ein weibliches, ihr habt 960 und ihr habt 998, das heißt, wir entwickeln das höchste Dodu wieder zu Dodri, dass das dann 3 Köpfe hat, aber bei Dodu war das Besondere, ihr habt wieder diesen krassen Unterschied zwischen männlich und weiblich, ich meine, ob das krass ist oder nicht krass, kann jeder für sich selbst entscheiden, ich habe das bei Miraplown in den Entwicklungen so sehr gesehen, hier habt ihr auf jeden Fall Dodri, Shiny, 2024, weiblich, und wenn wir gerade mal bei Dodu und Dodri sind, gucken wir uns auch noch an, das männliche Dodu hat nämlich einen schwarzen Hals und wenn wir jetzt das männliche Dodu auch entwickeln zum männlichen Dodri, müsste das auch noch einen schwarzen Hals haben, es gibt die Leute, die sagen, theoretisch müsste man ja jetzt jedes Shiny als männlich und weiblich sammeln und dann immer entwickeln und für die Familie und alles, aber ihr seht bei manchen einfach gar keinen Unterschied, das ist wirklich so, aber hier fand ich es schon sehr auffällig, dass ihr diesen schwarzen Hals habt, der dann auch schwarz bleibt, und wenn ihr das andere aber habt, ist es eben ein ein heller Hals, der dann auch hell bleibt, wäre es euch das wert, jetzt extra noch zehn zu sammeln, nur wegen dem Hals, ja, der Rest, ne, auf dem Kopf, ich meine, selbst auf dem Kopf, das ist schwarz, das bleibt schwarz, unten das ist schwarz, das Einzige ist wirklich der Hals, dass der Unterschied ist. Kann man jetzt alle sammeln, muss man nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, dann haben wir ein paar Zapdos mitgenommen, wie ihr seht, wir haben Zerpurze, sehe ich hier zwei Stück, eins mit 207, eins mit 250, das heißt, das höhere Zerpurze, wollen wir natürlich auch wieder entwickeln, für den Shiny Decks, immer alle Familien sammeln, alles was geht, habt ihr auch Zerpurze bekommen, habt ihr Dodo bekommen, wie viele habt ihr bekommen, welches findet ihr am coolsten, ich muss wirklich sagen, Zerpise mit seiner Farbe gefällt mir auch sehr gut, gerade dieses hübsche Orange, gefällt mir auf jeden Fall besser als Daudri, die Entwicklung Daudri, also finde ich komplett hässlich, aber so ein Zerpise, sieht einfach richtig gut aus, dann habt ihr gesehen, es war das, die Fashion Week, Shinox gab es aus Raids, mit angeblich Zylinder, ist kein Zylinder, ist eine Melone, sieht aber, habe ich mir besser vorgestellt, ich habe gedacht, das hat wirklich so einen fetten, großen Zylinder, aber diese Melone da auf dem Kopf, sieht einfach nur komisch aus, dann habt ihr hier ein Kusilla, was es ja aus Eiern gab, aus 7km Eiern, aber auch aus der Feldforschung, mit Drehe 3, Drehe 3 Pokestops, mit Schleife im Haar, eins, was lange gedauert hat, das Klibungel, mit umgedrehter Cap, aber hat auch den Weg hier reingeschafft, die kann man ja zum Glück nicht entwickeln, und was komisch war, dass es alle Fashion Week, Pokémon als Shinies gab, mit den Kostümen, bis auf das Kirlia, und die Leute argumentiert haben, Kirlia ist ja eine Weiterentwicklung, deswegen gibt es das nicht als Shiny, aber Radikal damals, mit Partyhut im 2er Raid, ist auch eine Weiterentwicklung gewesen, und gab es auch als Shiny, dann haben wir das Pikachu, genau, das Pikachu aus der Spotlight Stunde, mit Weltreise Cap, einmal normal, und ein Höheres, was wir jetzt auch entwickeln wollen, und zum Weltreise Reitschuh Shiny machen wollen, also, ihr seht, da ist ein wirklich Nichts entgangen, seit dem letzten Mal, und das ganz Aktuellste, kommt natürlich dann zum Schluss, aus dem Herbst Event, was ja noch läuft, ich glaube bis heute Abend sogar, heute ist Montag, das müsste bis heute Abend noch gehen, und das ist dann, Wulpix, Wulpix habe ich ja eins gefangen, im letzten Stream, wird auch schon unten angezeigt, obwohl ich das noch nicht entwickelt habe, aber weil ich ja ein Alola Wulpix als Shiny hat, und das entwickelt habe, wird das schon gezählt, aber das ist bei Mautzi eigentlich genauso, Mautzi haben wir aus dem begrenzten Forschungstag bekommen, aber Mautzi hatte ich ja schon, hier auch wieder, ein Wulpix lassen wir so wie es ist, nämlich das kleinere mit 509, und das größere mit 596, entwickeln wir noch, und dann sind wir theoretisch schon durch, und auf dem aktuellen Stand, und viele Leute fragen ja mal, Ero Ramses, kannst du mal deine Shinies zeigen, oder so, ich habe ein Video gemacht, mit alle Gen 1, Shinies plus Familien, dann ein Video mit alle Gen 2, Shinies plus Familien, alle Gen 3, Shinies plus Familien, alle Gen 4, Shinies, alle Gen 5, Shinies plus Familien, und das sind die, die jetzt noch nachträglich hinzugekommen sind, beziehungsweise als das mit, ähm, mit Capuno war, habe ich für Capuno ein extra Video gemacht, weil das wohl wirklich das seltenste war, äh, war nach Capuno dann auf dem aktuellen Stand, und das sind die 9 aus den letzten Events, die jetzt hinzugekommen sind, aber wie ihr seht, sind die auch alle vollzählig, da freut sich der 9 schwänzige Hund, wohl Nona, aber sieht auf jeden Fall auch cool aus, dieses Silberne, ein Silbernes, Scheinies und ein Silbernes Pokémon, haben wir, glaube ich, noch gar nicht, gibt es ein anderes, was Silber ist, ich denke mal nicht, Wulpix 2, genau, Dodri, Dodu, 4, Pikachu 2, äh, Zepurze 2, die Ladybass 2, ansonsten war der Seaday, was als nächstes kommt, wissen wir nicht, also angeblich ist er dann, Glumanda Seaday, vorher dürfte nichts anderes sein, was jetzt noch fehlt, ist Giratina, aber Giratina frisch rausgekommen, da hoffe ich natürlich, auf die Raidstunde am Mittwoch, wieder mit euch zusammen zu raiden, das macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, bei Labados ging es ja ein bisschen gemächlicher zu, ich denke mal, bei Giratina werden die Leute wieder komplett ausrasten, wie sieht es bei euch aus, was habt ihr in letzter Zeit so mitgenommen, hat euch eins gefehlt, von den letzten Shinies, seid ihr auf irgendeins besonders stolz, was ist euer Lieblings-Shiny aus den vergangenen Events, ist es vielleicht ein Glibungel, ist es vielleicht das Pikachu, ist es ein Wullpix, schreibt es mal in die Kommentare, die Sammlung ist jetzt auf jeden Fall wieder vollständig, und auf dem neuesten Stand, und schreibt natürlich mal rein, was sieht besser aus, diese rote Underbox, oder dieser gelbe Pissrahmen, der eigentlich dann eure Namen beinhalten sollte, dann werde ich die versuchen, vielleicht in die nächsten Streams einzubauen, ich frage nochmal Laiko, wie das funktioniert, aber, ja, wenn ich die letzten zwei Memos höre, denke ich, das kann dauern, bis man da eine normale Antwort bekommt, das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend, im Chill mit Ramses Livestream, wenn fünfmal Google Play Guthaben verlost wird, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.